Hallo und herzlich willkommen zurück zu Astroneer! Schnell hierhin! Visanya! So, hier wollen wir ein Schiff nicht rüberstellen, weil ich nämlich glaube ich bis zum Punkt da verankert bin. Müsste eigentlich sein. Das ist gut, das heißt wir können uns direkt in den Untergrund begeben. So, ist hier alles relativ soweit? Okay. Ja, ja. Na? So, ich habe alles. Mal checken, zwei Graphen, eins, zwei, drei, vier Verpackers. Perfekto. Und meine Bohrschufe für den Fall. Einen mit uns und runter mit uns. Kann ich hier runterfahren? Oh Gott. Könnt ihr übel enden? Egal. Langsam. Boink, boink. Robber, 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 wir können es schaffen. Wir ecken noch an. Wir ecken zu sehr an. Ja, ja, ja. Wir. Okay. Auf geht's. Oh, Lithium! Wee! Wie viele Schwarz können die Jungen die hier haben? Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Ui! Noch mehr Lithium! Noch kurz halblang hier. Da. Wir seien jetzt auch sehr groß. Oh, was ist das? Uh, Dschungel! Oink! Ein Dschungelbiom. Mhm, mhm. Lustig. Okay, weiter. Okay. Der Stein wird härter. Sehr hart. Ui! Auch sehr schön hier. Oh, da sind wir schon. Hallöchen! Uiuiui! Trock! Oh, wir landen gut. Oh, perfekt. Okay, angekommen. Okay. Prima. Prima, prima, prima. So. 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 Okay, die hätten wir jetzt, wenn wir nur noch reinhüpfen, ohne uns umzubringen. Vielleicht einfach mal... Okay, cool, danke. Supi. Na dann, der Graffing. Und zurück. Lesania, abgeschlossen. Yay. Lesania, er weckt's. Ähm, es ist... Welcher ist es? Der hier? Nee. Der unten. Der leuchtet pink, deswegen. Ja, dann können wir eh nicht nutzen. Hallo. So, zum Glück. Alles verkabelt, welche Richtung, wiese Richtung. Auf geht's, zurück. Die Musik ist auch schön. Okidoki, weiter geht's. Schwupp. Glatio, wir kommen. Hier ist übrigens unser unidentifizierter Trabant. Ah, Glatio. Da sind wir direkt, oder? Der aktivierte. Jo. Jo. Okay. Dann brauche ich meine Diamanten. Und hab nicht genug Platz. Du gehörst. Dahin. Zack. Äh, kurz checken. Eins, zwei, drei, vier. Zwei Diamanten. Die Dinge, okay. Dann tragen wir das Ding da auch mal eben drüber. Versuchen's zumindest. Oh, es hält. Nee, es kippt. Ah. Okay. Okay. Okay, hier muss ich eigentlich dann nur runterhüpfen. Das ist ja kein Problem. Guti, guti. Also. So. Okay, okay, nochmal kurz checken. Also, ich habe vier Verpacker. Und zwei Diamanten zum Aktivieren. Hier, hier. Schön, schön. Los geht's. Uh, perfekt. Woops. Woops. Ganz schön löschen. Oh. Oh. Auch sehr cool aus. Ah. So ein bisschen fest, das ist schlecht. Okay. Okay. Das Schilbild ist gestackelt. Oh, hier ist hart. Dieva, dieva, dieva. Oh. Oh, ja. Oh, oh. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Das ist mega cool. Das ist wiederum jetzt nicht mehr so cool. Shit. Die hängen hier ganz schön fest. Oh, es leuchtet da hinten. Oh. Oh. Shit. Oh, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Okay. Ja. Nice. Oh. Na toll. Hä? Uh, das ist super cool. Wie viel sind die hier wert? Ist das mehr wert als die anderen? Die leuchten. Uh, das ist so cool. Oh, yeah. Okay. Genug. Weiter geht's. In den Untergrund. Excuse me? Ah, ja. Wir sind gleich da. Letzte Schicht. Okay. Und here we fall again. Nein. Das zum Thema, wir kommen hier wieder weg. So komme ich hier wieder weg. Aha. Okay. Okay, 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 okay. Okay. So. Blüpp. Und. Blüpp. Cool. Dann mal wieder reingejumped. Okay. Okay. Und zurück. Und aktiviert. Und gleich aktiviert. Und gleich aktiviert. Blüpp. Blüpp. Sehr schön. Okay. So. Und da kommt ohne zu sterben. Egal. So. So. Jetzt fliegen wir zuallererst nach. Ähm. Novos. Um unser Silikon, beziehungsweise unser Methan zu besorgen. Und dann. Nach Hause. Alles fertig machen. Dann zu. Novos Atrox aktivieren. Und dann sind wir fertig. Und dann können wir. Mal gucken, was es so am Ende hier gibt. Muhahaha. Novos. 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 Nein. 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 Novos. So. Das richtige Gateway wieder finden. Das ist es schon mal nicht. Das läutet nämlich. Nee. War eigentlich egal. Müssen wir erstmal sammeln. Okay. Dann liegen wir erstmal zu unserer Base. Hallo Base. Schieß. Okay. Dann. Muss ich den. RTG wieder auspacken. Und dann sammeln wir mal. Methan. Das dauert ein bisschen. Hm. Wobei geht. gut. Ich würde sagen. Bis gleich. So. Ich war vielleicht ein bisschen länger auf, als ich eigentlich wollte. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen viel Methan. Hehehe. Hehehe. Na ja. Na ja. Ab nach Hause. Ich muss noch Wasserstoff sammeln. Ja. 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 Ich weiß nicht. Äh. Okay. Ich brauche. Okay. Ähm. Ja. Äh. Haben wir noch einen Platz? Nein. Okay. Ah. Du bleibst wieder hier. Ah ne. Brauche ich sogar direkt. Ähm. Wohin mit Sachen? Erstmal. Ja. Na. Mit viel zu viel Methan. Hehehe. Mist. So. Dich brauche ich dahinten. So. Ich brauche Wasserstoff. Hab ich gesagt. Dann mach ich Wasserstoff. Gut. Okidoki. Die zwei dürfen dann auch erstmal hierbleiben. So. Habe ich noch ein freies? Da. Bitteschön. Äh. Äh. Das Ding hängt da hinten dran. Okay. Kommt das erstmal hier hin. Und habe ich noch grad ein. Ein. Nein. Kann ich kurz eins drucken? Ähm. Ein Ammonium. Äh. Nicht wirklich. Okay. Will ich noch irgendwo hier ein. Irgendrum fliegen? Ja. Einen halben. Wow. Äh. Mist. Das ist doof. Gut. Egal. Ähm. So. Du machst das. Ich mache. Was hab ich gesagt? Silico. Methan. Quarz. Quarz. Entdruck mal. Quarz. 3 ist okay. 2 U. Ich weiß nicht, ob ich zwei ganze dafür brauche oder nicht. Das ist mal. Ich hab keine Ahnung. vorbeizulegen. So. So. Na Bohratte. Oh je. So. Das darf da bleiben. Das kommt mit. Das war drei. Hier hinten, einmal Wasserstoff, einmal Silikon. Acht Verpacker nochmal. Habe ich noch genug, ist die Frage. Wahrscheinlich nicht. Na toll. Dann muss ich noch tauschen. Wo ist meine Tauschplattform? Existiert die überhaupt schon? Anscheinend nicht. Warum? Dann müssen wir gerade mal eine Handelsplattform. Gemisch Wolfram Eisen. Okay. Gemisch Eisen Wolfram. Okay, okay, hier können wir langsam mal aufhören bitte, danke. Obwohl, das eine geht jetzt noch. Oh nein. Ist egal. Danke. Und danke. Jut. Das muss fertig gemacht werden. Okay. Eins, zwei, drei. Wann mal. Jetzt drückt mal schneller hier, dann können wir das mal entfernen ganz kurz. Oder andersrum wohl eher. Äh. So. Danke. Handelsplattform. Handelsplattform. Fuck. Also. Ich brauche, was habe ich gesagt? Grafit. Grafit. Einer gleich zwei, das ist gut. Eins, zwei, drei, vier, 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 acht. Oh. Webel. Okidoki, haben wir hier. Gelium. Befehl, Wasserstoff. Versatz. So, wir warten bis es zurückkommt. So, zuerst kommt das Silikon auf Novos. Novos. Oh. Komm zurück. Ah. Dankeschön. Yay. Fucker. So, und damit haben wir jetzt alles, was wir brauchen, um die letzten beiden zu aktivieren. Dementsprechend können wir nächste Folge loslegen und fett die letzten Feuer aktivieren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.